Und die soll rüber nach GoodNotes, das ist der Klick, um die Seite zu teilen und dann eine Kopie der Seite soll eingebaut werden in GoodNotes. Und deswegen mit einer anderen App F öffnen als nächstes und hier in GoodNotes öffnen und das war es dann schon. Dann kann ich entscheiden, vor oder nach dieser Seite und so weiter und dann importieren, fertig. Schwere ist es nicht.